dein neuer vermieter untertitel hoffentlich ein cooler typ aber egal wie cool er am ende wirklich ist das sprichwort besagt ja vorsicht ist die mutter der porzellankiste was übrigens auch ein ziemlich wertvoller tipp für dein umzug ist was musst du jetzt also über deinen vermieter wissen seine schuhgröße lieblingsfarbe oder vielleicht was er heute gefrühstückt hat das sind zwar alles ziemlich interessante informationen aber nichts davon bietet dir wirklich einen mehrwert rund um dein vorhaben mit deinem auszug deshalb soll es in diesem video um die rechte und pflichten im umgang mit deinem neuen vermieter gehen fangen wir doch am besten mal ganz vorne an du hast deine neue wohnung gefunden und kommst zum ersten mal mit deinem vermieter in kontakt und wie es auf ersten date nun mal so ist hat einer ziemlich viele fragen und der andere schon fleißig im internet rumgestockt du weißt wie man mit der information ich habe kein facebook den mädchen namen der mutter rausfindet also wenn man doch fast mein hat dein vermieter die fragen und genau diese fragen schauen wir uns jetzt einfach mal an also zeit für eine runde was darf ich mein vermieter fragen und was nicht runde 1 wie viel verdienen sie diese frage ist zulässig denn als vermieter will man ja nicht direkt nach der vermietung feststellen dass der neue mieter die miete gar nicht zahlen kann deshalb kann er dich auch nach einem einkommensnachweis und einer schufa auskunft fragen meist wird das einkommen schon in dem selbst auskunftsbogen oder während der besichtigung abgefragt dein einkommen ist dein vermieter sehr wichtig eigentlich sogar am wichtigsten denn deine zahlungsfähigkeit ist vielleicht der aller entscheidendste grund deine neue wohnung dann am ende auch tatsächlich zu bekommen runde 2 wie ist die aktuelle familienstand diese frage ist unzulässig an und für sich ist der familienstand bei der ersten eigenen wohnung ja noch nicht so spektakulär aber wichtig ist dass es dein recht ist ihn nicht zu verraten aus diesem grund mal informationen mehr runde 3 haben sie laufende zahlungsverpflichtung diese frage ist zulässig denn nehmen wir mal an du verdienst zwar genug um die miete locker zahlen zu können theoretisch hast du aber zehn handyverträge laufen so dass von deinem geld gerade mal die hälfte über bleibt und diese hälfte reicht dann nicht mal mehr aus um die miete davon zu zahlen dann wäre das eine information die dein vermieter gerne hätte runde nummer vier in welchem arbeitsverhältnis standen sie vor ihrer aktuellen beschäftigung diese frage ist unzulässig er muss nur wissen womit du gerade dein geld verdienst und dass du ihn damit bezahlen kannst mein er ist ja auch nicht der neue arbeitgeber diese vier fragen sind die am häufigsten gestellten fragen eines vermieters an seine neuen mieter jetzt weißt du nicht nur welche er davon überhaupt stellen kann sondern kann sich auch auf ganz genau dieses frage und antwort spiel gut vorbereiten denn nehmen wir mal an der vermieter fragt dich nach deinen laufenden zahlungsverpflichtungen und du holst ein telefon aus der tasche und kannst ihm eine perfekte auflistung deiner aktuellen fixkosten präsentieren dann denkt der sich doch direkt dass du ein sehr gut organisierter und vor allem gewissenhafter mieter sein wirst und dementsprechend erhöht ist die chancen die ganze liste von gängigen fragen die du beantworten muss hätten wir dann mal hier also name anschrift geburtsdatum darf verfragen personen die mit einziehen darf verfragen aktuelles arbeitsverhältnis interessiert ihn sehr finanzielle situation ok bisheriges mietverhältnis sowas wie die dauer und die zahlungsbestätigung also hast du bezahlt interessierten darf verhaben nutzung der wohnung willst du gewerblich nutzen haustiere wobei hier kleintiere ausgeschlossen die brauchst du nicht zu melden und dann hätten wir hier die liste von fragen die unzulässig sind er darf nicht fragen nach familienstand schwangerschaften staatsangehörigkeit religionszugehörigkeit migrationshintergrund deiner sexuellen orientierung er darf nicht fragen was deine politische gesinnung ist darf sich nicht erkundigen ob du vor strafen hast darf sich nicht nach krankheiten erkundigen und auch die zugehörigkeit zu parteien und gewerkschaften gehen den erstmal nichts an genauso wenig wie ob du musikinstrumente spielst oder ob du rauchst oder nicht raus vielleicht noch ein kleiner hinweis zu fragen dieser art in der regel werden die dir nicht einfach gestellt sondern du erhältst einen selbst auskunftspunkt entweder vor oder während der besichtigung der wohnung in diesen bögen tauchen diese fragen auch jetzt nicht zwingend auf denn diesen teil wie schon gesagt unzulässig dennoch ist es nie verkehrt zu wissen was die eigenen rechte sind denn stell dir mal vor du bekommst am ende die wohnung nicht weil du eine frage beantwortet hast die am ende tatsächlich unzulässig gewesen wäre darum schaust du dir am besten dieses video kurz vor dem ersten besichtigungstermin einmal noch mal schnell an damit du wieder im bild bist viel erfolg dabei